hoffentlich funktioniert das was ich jetzt probieren darf ja extrem lustig wieso was wäre das? weil das zu schon sein, ja? ich ahne es schon wieder ich weiß nicht, wie soll ich auch richtig hart komm, ey, das geht rolle nee, wird kein hartmäßig wird dich doch niemals drollend episch es hat wirklich funktioniert leil, wieso, was ist das? nix ich bin neugierig ich bin neugierig nö ich glaube, dass ein Headshot boom leil ich ziehe auf dein Kopf und triffe dann die Füße warte mal, du hattest doch letztens so Hardcore-mäßig Schalter gemacht ja, stimmt ja, stimmt hehehe so, was brauche ich? mech, 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 mech das funktioniert gar nicht weil, wie macht man nen Schalter? also nen oder was ich auch diese Schalter aber mit Kabel sondern mhm das ist das sogar wieder rein aber ich glaube, ich hab so Planesucht dagegen ich brauche eigentlich Eisen so, Eisen 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 haben wir ich brauche mir als nächstes dieses gebrannte Eisenzeugsdinger ein Zeugsding hehehe hier das ist eine Dark-Mata-Zeug gebaut, oder wie? Nein! Habe ich gar nicht genug Diamanten. Aber wir haben einen Haufen Gold. Mh. Ne. Och man Tom. Hast du das Zeug schon eingeschaltet? Was? Ne, ich habe nichts gemacht. Scheiß, irgendwas fällt hier gerade hartkommend. Aber das ist alles abkühlt. Äh. Scheiße. Scheiße. Wie? Hä? Ach, ach, oh mein Gott. Ich bin so dumm. Ey, da... Ich hoffe, ich habe jetzt nicht hier das ausgemacht. Den Output. Ne, 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 das passt also. Aber ich habe hier gerade ausgeschaltet. Schau mir den an, da. Den roten Freund. Da. Da. Da, unten. Ich glaube, der ist im Arsch. Hm, keine Ahnung. Aber eigentlich... Ich baue ihn ab. Weiß nicht. Ne, man kriegt ihn wieder. Hm, du solltest eigentlich mal in deinem Haus vorbeischauen, finde ich. Alter. Was hast du jetzt hier gemacht? Nix. Nix. Nix böses. Also, da kann nichts explodieren. Naja, kann schon, wenn man sich ganz dumm anstellt, aber... Aber implodieren oder wie? Ne, auch nicht implodieren. Kannste da mal vorbeischauen. Und bitte schalt vor eine Webcam ein, weil ich will deine Fresse sehen. Ich habe keine Webcam. Scheiße. Hey, warte. Nein, du darfst da noch nicht. Ich muss noch was machen. Okay. Da fehlt noch die Verendung. Okay, ja. Ich bin nicht so leicht trollbar, wie du vielleicht glaubst. Ja, ja. Ist schon okay. Du darfst noch nicht in dein Haus schauen. Oh. Okay. Du musst noch ein bisschen warten. Lohnt sich wirklich. Warte, ich brauche noch ein bisschen. Eisen. Ach, fuck. Wobei, nee. Du kannst auch schon so, ist egal. Oh, du kannst auch schon so, ist egal. Und jetzt? Reingehen. Nein, dein Haus. Hm, okay. Andy! Was ist denn dein Haus gehen, du Pum? Ich war von vorne. Ich war vor, das ist eine Überraschung viel besser. Da geht nichts in die Luft. Du stirbst nicht oder so. Ah, den Reaper. Scheiße. Tom. Alter. Nichts passiert. Alles super. Okay. Alles doch. Okay. Dann geh ich halt eben rein. Hätte ich hier schon einen TNT-Block. Ne, ne. Keine Nummer. Uran. Uran. Atombombe. In deinem raus. Alter. Da müsste nur den Schalter drücken. Nein. Die ultimative Zerstörung im Moment. Ah, der Atombombe. Ja, das muss ich so nebenbei machen. Ja, das muss ich so nebenbei machen. Ja, hab ich so auf der Straße gefunden. Ach ja, natürlich. Wollten wir nicht eigentlich so GW oder so heute mal machen? Egal. Es gibt keinen EV-Partner. Äh, Partner. Warte, warte, warte. 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 Oh, was hast du denn? Ah, ich bin mit dem Schrank bekannt. schräg ist es auch das hat man das was das es ist das ist das ist so zu mir vor Ort auch Prozent der Sprengkraft die über die Krippe herz ich bin für selbst getreut, verdammt! Wirst du ein Pop? Es sollte eigentlich sein Recht nach unten gehen, verdammt! Wirst du ein Pop? Oh mein Gott! Es ist nichts passiert. Ich will mal kurz zu testen. Oh. Wir stopfen das ganze Loch zu gestern mal. LOL Alter. Willst du mich hier drein? Ja, okay, war schon mal. Jetzt die mit der Aufnahme nix mehr. Welche Aufnahme? Achja, ich hätte nicht mal starten können. Achja, ich hätte nicht mal starten können. Ich helfe dich jetzt aus mir rum. Leil. Boah, ich hab wieder, äh, Kassel, ich kann nicht sagen, äh, Block, äh, Block. Oh Mann. Okay, ich glaub das reicht für heute mit Trollen. Na, okay. Alter! Komm mal runter! Tres, Tres. Tres. Totale Gefecht. Du mit Stein und ihr. Alter. Tres. Traurigkeitscheid. Okay, wir hören jetzt auch, was will sie sterben. Ja, ich hab mir viel Verassungsdavant. Alter, wir gehen jetzt mal Helm kaputt. er hat war die Scheiße ja ich wurde schon vor Stunden in Macbeth und Mac 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 8 das ist nur weg bis zu tun zum Kraftwerke ganz ehrlich mein Kraft ist zu kompliziert das stimmt K die Karte ist um so so zu tun zu bauen um zack er kommt aber bei der Klinik in der Klinik das war 8 als er wird überzeugt erledigt weil es mein Ding das war das kann das Gründchen aufgehoben aber schadkreise ja ein bisschen Kappels ich habe wieder ich habe einen Weg und diesmal der Kalkut und der Eiligstufe nicht mehr sind 3 wie wir sprechen alle guten dinge sind drei oder so ich brauche mir nur noch ein Phonais, so wie man es auch immer ausspricht ja, so ein Dreck Phonais, der geht ja leicht so, Tomais sieht zwar gut aus, natürlich viel mehr, das wird 500 pro Sekunde Leute, wo, WTF im einzigen Leuk, geil ich denke mal Stromprobleme müssen wir uns in naher Zukunft nicht haben ich hoffe mir nicht, und ich denke es auch mal nicht ich glaube Sim 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 und zwar mit Schicksal in Zinsen vielleicht gar nicht was ich machen wollte es sind genau 10 10 10 Schreiber 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 Ofen so kommt vorbeigesprungen genau vorerst als jetzt so 6 min 1 von so was bauen dann noch ein Stück Leute ganzes Kupfer jetzt episch ja ich glaube wir haben bisschen was jetzt über 1 der Kupfer hast du nicht irgendwie Dings gefarmt ähm äh Gummi Prozent Prozent naja Kassel Nummer 1 abkommen wir haben schon nichts mehr jetzt hab ich endlich so ein Schaltkreis da muss nur das ganze ganze Zeit verbinden und dann ist unser Maschinenraum eigentlich auch schon fertig jetzt hab ich keine Redstone mehr du willst mich echt rollen weil die Eisenrüstung jetzt vor mir im Haus liegt welcher ist es welche Eisenrüstung ss 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 ss